Ihr da draußen, ihr seid nicht alleine. Es ist ein Problem, was viele Männer betrifft. Hallo ihr Lieben, wenn früher Paare Kinder losblieben, dann wurde das meistens der Frau zugemessen, denn die waren ja schließlich dafür da, Kinder zu bekommen. Den Fachbereich Andrologie, also die männliche Fruchtbarkeit, gibt es tatsächlich erst seit 35 Jahren. Und sogar noch heute wird in Kinderwunschpraxen ganz oft nur die Frau untersucht und beim Mann nur eine Samenprobe genommen, obwohl es sogar dafür eine Richtlinie gibt, die die männliche Untersuchung vorgibt. Dazu gehören Tastuntersuchungen und Ultraschall, ein Blutbild und die Kontrolle des Hormonhaushalts. Außerdem sollte der Patient nach Vorerkrankungen in der Kindheit befragt werden. Eine Harnwegsentzündung oder eine Entzündung der ableitenden Samenwege kann nämlich auch dazu führen. Auch die Anatomie ist wichtig. Ist die Harnröhre normal angelegt und mündet sie dort, wo sie soll, nämlich an der Spitze des Penis? Oder liegt die Harnröhre zum Beispiel an der Unterseite des Penis? Dann gelangt der Samenwege gar nicht in die Vagina oder nur an den vorderen Bereich. Das kann zum Beispiel auch bei einer Vorhautverengung passieren. Es können also ganz banale Ursachen dafür existieren, für die Unfruchtbarkeit des Mannes, die durch eine Samenuntersuchung gar nicht ans Tageslicht kommen würden. Bei mehr als der Hälfte der Patienten wird die Ursache aber auch nie geklärt. Bei der anderen Hälfte sind ganz oft Ursachen aus der Vergangenheit der Grund. Zum Beispiel auch ein zu spät behandelter Hodenhochstand, so wie es ja auch im Prinzip bei meinem Vater der Fall war. Der hatte ja einen Leistenhoden, also der zweite Hoden ist nicht aus dem Körper rausgekommen bei der Geburt und es wurde einfach nicht behandelt. Oder auch Krampfadern am Hoden oder Entzündungen und Bakterien im Ejakulat. Es können zum Beispiel auch genetische Störungen entstehen, die bewirken, dass in dem Ejakulat überhaupt keine Spermien drin sind. Das Ganze nennt sich Arzospermie. Allerdings sind auch hier die Gründe dafür unklar. Es hat sich aber gezeigt, dass die Entwicklung der Gesellschaft, also der westlichen Welt, sagen wir mal, dorthin geht, dass immer weniger Samenflüssigkeit tatsächlich im Ejakulat zu finden ist. Ein Vergleich zum Ejakulat in den 70ern aus westlichen Ländern zeigt einen Rückgang der Spermiens von 50 bis 60 Prozent. Das hört sich erstmal sehr viel an, ist aber für die Wissenschaft nicht wirklich bedenklich. Denn um mal Zahlen zu nennen, als Beispiel 1973 befanden sich in einem Milliliter Ejakulat 99 Millionen Spermien. Im Vergleich dazu, 2011, waren es nur 47 Millionen. Allerdings definiert die HU eine verminderte Fruchtbarkeit erst ab 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Als mögliche Ursachen wird hier genannt, ja, Mikroplastik, Chemikalien, die immer mehr auftreten, Stress und Übergewicht. Das ist allerdings alles nicht wissenschaftlich belegt. Das Einzige, was wirklich wissenschaftlich belegt ist, ist ein Zusammenhang mit Rauchen. Trotzdem rechnen Männer ja ganz oft nicht damit, unfruchtbar zu sein und gehen in erster Linie davon aus, ganz normal zu funktionieren. Deswegen kann es ihnen ziemlich den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn sie diese Diagnose bekommen. Das Thema wird in der Gesellschaft immer mehr thematisiert und auch enttabuisiert, aber trotzdem trauen sich immer noch viele nicht darüber zu sprechen. Es gibt ein Netzwerk von ungewollt kinderlosen Menschen oder beziehungsweise Menschen, die durch eine Samenspende oder durch andere Hilfsmittel doch denn doch Eltern geworden sind. Das DI-Netz, das wurde tatsächlich auch von einem unfruchtbaren Mann gegründet. Aber es ist und bleibt leider immer noch so ein Stigma, dass Unfruchtbarkeit irgendwie mit Impotenz gleichgesetzt wird, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, das ist hier auch nochmal ein Aufruf an alle verunfruchtbaren Männer da draußen. Kann natürlich gerne auch ein Trans-Mann sein, bei dem die Lage natürlich etwas anders aussieht. Aber trotzdem möchte ich einfach gerne mal die Sichtweise eines unfruchtbaren Mannes bei mir auf dem Kanal haben. Es ist einfach auch ein sehr interessanter Aspekt. Und ich finde es einfach schade, dass so wenig Männer darüber reden möchten. Dabei würde es ja auch anderen Männern wiederum helfen, wenn man mal sehen könnte, wie es anderen Männern dabei geht. Es ist nämlich wirklich eine sehr große Herausforderung auch für den Mann, dann eine Samenspende in Anspruch zu nehmen. Sie sind in dem Moment die Diagnoseträger. Die Behandlung wird aber an ihrer Frau durchgeführt. Sie sind dann relativ außen vor. Sie können sich nicht wirklich beteiligen an der ganzen Situation. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Außerdem kann es auch sein, dass das Kind ihn immer wieder an seine eigene Verunfruchtbarkeit und in Anführungsstrichen von seinem Gedanken her vielleicht auch Unzulänglichkeit erinnert. Nicht selten ist es auch der Fall, dass der Mann sich darauf einlässt, weil er seine, wie gesagt, nochmal in Anführungsstrichen kompensieren will und seiner Frau natürlich auch diesen Wunsch erfüllen möchte. Obwohl er vielleicht selber gar nicht so sehr davon überzeugt ist. Die Schuldgefühle der eigenen Unfruchtbarkeit können manche dazu treiben, diesen Schritt zu gehen, obwohl sie nicht 100% davon überzeugt sind. Leider ist es ja immer noch so, dass Männer sich nicht immer ihren eigenen Emotionen so bewusst sind oder darüber sprechen. Das ist zwar sehr klischeehaft und in der heutigen Zeit mit Gendern und den Versuchen, die Geschlechter immer mehr anzugleichen, sage ich mal. Mag das vielleicht eine unpopuläre Meinung sein, aber Männer und Frauen ticken im Normalfall schon etwas anders, was Psychologie angeht und was das Öffnen der eigenen Gefühlslage angeht. Ja, es ist halt keine Seltenheit, dass Männer nicht darüber sprechen. Das heißt aber nicht, dass es sie weniger belastet. In dem Artikel, wo ich auch die Zahlen her habe, ich verlinke euch das natürlich gerne in der Videobeschreibung, wird auch von einem Mann berichtet, der in der Flugsicherung arbeitet und jedes Mal, wenn er gehört hat, dass die Befruchtung mit dem Fremdsamen bei seiner Frau nicht funktioniert hat, hat er sich erstmal in eine Ecke gesetzt und geweint und war dann wieder normal, als er ins Büro zurückgekehrt ist. Auch Männer sind sensibel und verkraften diese Situation nicht unbedingt immer gut. Auch wenn es immer noch irgendwie merkwürdig ist oder verpönt ist, wenn Männer weinen. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber gut. Ich möchte hiermit also Werbung dafür machen, dass auch Männer Gefühle haben und dass sie sich vielleicht teilweise alleine fühlen mit dem ganzen Thema. Und ja, bitte da draußen, wenn es euch so geht, meldet euch bei mir. Ich würde sehr gerne ein Video aufnehmen, das andere Männer wieder ermutigt, darüber zu sprechen und sich zu öffnen und sich vielleicht nicht ganz so alleine damit zu fühlen. Denn wie gesagt, ihr da draußen, ihr seid nicht alleine. Es ist ein Problem, was viele Männer betrifft und es ist keine Schande. Es ist kein Problem, unfruchtbar zu sein. Es gibt Mittel und Wege trotzdem Kinder zu bekommen oder man kann auch sein Glück finden, ohne Kinder zu bekommen. Ihr seid dadurch nicht minder bemittelt oder weniger wert oder weniger Mann. Genauso wenig wie eine Frau weniger Frau ist, wenn sie keine Kinder kriegen kann. Vielleicht seht ihr das sogar selber so, wenn es andere betrifft, aber auch euch persönlich dann wiederum nicht. Das ist ja immer so ein Phänomen mit der eigenen Selbstwahrnehmung. Aber ich sage es euch jetzt ganz konkret, es ist definitiv keine Abwertung eurer Person. Und ganz zum Schluss nochmal ein persönliches Statement. Mein Vater, wie gesagt, war ja auch unfruchtbar. Er war aber Zeit meines Lebens immer mein Papa und er wird es auch immer noch sein, auch wenn er schon verstorben ist. Er war sehr selbstbewusst bei dem Ganzen. Ich habe zwar leider nie mit ihm über dieses Thema gesprochen, weil ich ihn leider als Erwachsene nicht mehr sprechen konnte. Aber ihr könnt hier auch ein Video über ihn sehen. Er war ein sehr besonderer Mensch und ich glaube einfach nicht, dass ihn das irgendwie beeindruckt hat. Die Menschen, mit denen wir aufwachsen, sind immer noch das Wichtigste in den meisten Fällen. Aber bitte sprecht es euren Kindern auch nicht ab, wenn sie den biologischen Teil als wichtig betrachten. Denn es ist nun mal etwas, was zu ihnen gehört. Und auch wenn euer Kind, das vielleicht biologisch nicht von euch abstammt, auf die Suche gehen möchte, heißt es nicht, dass es euch als Person ablehnt. Es ist vielmehr eine Suche nach sich selbst als nach dieser anderen Person. Ja, ich hoffe, das Video kam jetzt nicht drüber als erhobener Zeigefinger. Ich wollte euch eigentlich eher Mut machen und vielleicht konnte ich mit diesem Video auch ein bisschen aufklären. Ich hoffe, ihr bleibt dran und bis dann. Ich hoffe, ihr bleibt dran und bis dann.